Hi, ich will euch zeigen, wie ihr selbst professionelles Kartenmaterial erstellen könnt und das auch für eure nächsten Touren dann selber ausdrucken könnt. Ich habe mich in der letzten Zeit intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich auch für meine eigenen Touren gerne noch eine andere Navigationslösung neben dem klassischen Smartphone-GPS dabei haben möchte. Und gedruckte Karten sind für mich einfach danach die praktikabelste Lösung und auch die günstigste Lösung. Es gibt ja viele eigene GPS-Geräte, die auch eine Menge Geld kosten. Und gerade für Touren, die jetzt vielleicht nicht über Monate gehen, eignen sich meiner Meinung nach auch Karten sehr gut, wenn sie dann eben effizient gestaltet sind. Und deswegen habe ich sehr viele verschiedene Programme und Anbieter getestet, die eben die Möglichkeit bieten, eigene Karten aus eigenen GPS-Routen zu erstellen. Und ich musste dabei feststellen, dass keiner der vielen Anbieter irgendwie die perfekte Lösung für mich war. Für mich mussten bei den ganzen Tests ein paar Punkte erfüllt sein, was eine hochwertige Karte eben auszeichnet. Zum einen muss das natürlich die generelle Qualität der erstellten Datei am Ende sein. Man möchte vorzugsweise mit 300 dpi drucken, um dann eben auch alle möglichen Details sehen zu können. Es soll eine sinnvolle Stückelung der einzelnen Kartenausschnitte geben. Wir möchten so wenig Platz wie es geht auf den Ausdrucken verschwenden und wollen auch so wenig DIN A4-Blätter dann eben mit rumtragen müssen, um Gewicht zu sparen. Es soll generell die volle Fläche des Ausdrucks genutzt werden. Die Karte soll bis an den Rand gehen und es sollen auch keine unnötigen Beschreibungen oder Legenden auf den Karten zu finden sein, die man fürs normale Wandern überhaupt nicht benötigt. Und zusätzlich soll die Karte natürlich so viele interessante Punkte anzeigen können, wie es eben für den Wanderer wichtig ist. Das wären beispielsweise Schutzhütten, Wasserquellen oder alle möglichen Pfade und Trails, die begehbar sind. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass diese Punkte einfach nicht erfüllt worden sind von den meisten großen Kartenanbietern, die man vielleicht schon mal gehört hat, wie Outdoor Active, Karl Topo, Map Osmetic oder Print Maps OSM. Und teilweise waren diese Dienste auch noch kostenpflichtig und haben dann einfach trotzdem nicht so hochwertiges Kartenmaterial erstellen können, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Und schließlich bin ich dann auf den Mobile Atlas Creator als Programm gestoßen, was gratis ist und noch auf das Kartenthema Elevate. Und das in Verbindung hat dann zum gewünschten Ergebnis geführt. Ja und wo man das Ganze herbekommt, wie man das installiert und wie man dann damit arbeitet, um ein druckfertiges Dokument von seiner eigenen Karte zu erhalten, das zeige ich euch jetzt hier in der Anleitung. Okay, wir werden das Ganze an dem Beispiel West Highland Way mal durchspielen, da ich denn dieses Jahr auch schon gelaufen bin und dafür Kartenmaterial erstellt habe. Wir sehen hier auch schon den Mobile Atlas Creator, so wie es dann später eingerichtet mal aussehen soll. Aber erst fangen wir an, uns überhaupt die Tools herunterzuladen, die wir jetzt brauchen. Ich habe in die Beschreibung die gesamte Einleitung nochmal in Textform zusammengeschrieben und auch dort die Links hinterlegt, die ihr jetzt braucht, um die Sachen herunterzuladen. Zuallererst brauchen wir natürlich den Mobile Atlas Creator an sich. Ich habe dafür in die Beschreibung den Link zu SourceForge beigelegt. Und man lädt sich da ein ZIP-Archiv runter, wenn ihr kein Tool auf dem Rechner habt, um das zu entpacken, eignet sich zum Beispiel Winra dafür ganz gut. Und die Datei legen wir zuerst einmal in irgendein Ordner ab. Als nächstes müssen wir uns den richtigen Kartenabschnitt für unsere jeweilige Tour herunterladen. Und das Ganze machen wir über Open Andromaps, da dort fast alle Regionen der Welt durch kostenfreie Karten abgedeckt sind. Wenn ihr den Link unten anklickt, dann kommt ihr direkt auf die Ansicht über die verschiedenen Länder und Regionen. Und je nachdem, welche Tour ihr machen wollt, müsst ihr jetzt die Region anwählen. In unserem Beispiel gehen wir hier auf Europa, sehen dann hier eine Übersicht der verschiedenen Länder oder auch der einzelnen Regionen, so wie den Alpen. Wenn wir jetzt hier runterscrollen, kommt da die Ansicht für UK und auch Schottland. Und wir wollen das ganze Paket runterladen. Und da gibt es meistens dieses V4-Map-Pack für. Und das kann man dann hier auswählen und einfach runterladen. Das ist ebenfalls ein ZIP-Ordner, der dann auch genauso in diesen Ordner kommt. Als nächstes brauchen wir ein Kartenthema. Ein Kartenthema ist eine Art Ansicht für die Karte, die aus den Rohdaten dann eben etwas Darstellungswürdiges macht. Und die dafür zuständig ist, die ganzen interessanten Punkte eben auf eine geeignete Weise darzustellen. Und dazu benutzen wir das Thema Elevate, was auch von Open Andromaps kommt. Und wenn ihr den Link unten anklickt, dann gibt es hier das Elevate 4. Und da klicken wir auf manuellen Download. Ja, das Letzte, was ihr jetzt braucht, ist dann eben die genaue GPS- oder GPX-Datei der Route, die ihr machen wollt. Die gibt es auf verschiedenen Seiten im Internet. Zum Beispiel bei Autoactive oder Komoot gibt es eigentlich alle bekannten Routen oder dem Tool eurer Wahl, womit ihr euch die Route vielleicht sogar selbst erstellt habt. Das Ganze kommt dann alles in einen Ordner. Ich habe es jetzt hier mal Kartenmaterial genannt. Hier sehen wir die drei ZIP-Archive und eben die Route als GPX-Datei. Als nächstes können wir alles in diesem Ordner entpacken. Habt ihr WinRAR installiert, könnt ihr einfach alles drei mit hier entpacken anklicken. Und da wir danach die ZIP-Archive auch gar nicht mehr brauchen, können die gelöscht werden. Und bevor wir das Programm jetzt starten können, klicken wir noch einmal auf den Ordner Mapsources und erstellen da eine Konfigurationsdatei, indem wir erstmal ein leeres Textdokument anlegen. Das Ganze nennen wir dann Elevate Map. .xml Es stellt man standardmäßig unter Windows ein leeres Textdokument, hat das die Dateiendung txt. Und im Normalfall wird die Dateiendung in Windows leider nicht angezeigt. Falls das nicht so ist, müsst ihr darauf achten, dass eben die Endung txt auch wirklich durch XML ersetzt wird. Die Datei öffnen wir dann und fügen dort den Inhalt ein, den ich auch unten in die Beschreibung, ich glaube bei Schritt 6 hinzugefügt habe. Können wir einfach so kopieren und einfügen und müssen da eben nur zwei Sachen ersetzen. Zum einen ist das der richtige Ordnerpfad. In der Beschreibung steht da noch D-Mobac. Bei mir ist der Ordner als D-Kartenmaterial. Den habe ich einfach hier rauskopiert und habe den dort durch D-Mobac ersetzt an beiden Stellen. Und das nächste, was noch fehlt, ist die richtige Karte. Wir haben uns ja gerade die Schottlandkarte runtergeladen oder in eurem Fall vielleicht eine andere. Wir kopieren uns da einfach dann den Namen dieser Karte. Die endet auf .map und tragen die an dieser Stelle dann ein, wo hier jetzt noch die Karte Germany mit hinterlegt ist. Das Ganze wird dann einfach abgespeichert. Okay, wir haben jetzt den Kartenstil und unsere eigene Karte mit dem Programm verknüpft. Also können wir den Mobile Atlas Creator jetzt starten. Und als allererstes wollen wir eben das neu angelegte Kartenthema auswählen. Dazu gehen wir hier oben links bei Mapsource auf unseren Eintrag Elevate Map, den wir erstellt haben. Und wenn man das anklickt, sollte auch sofort der richtige Kartenabschnitt kommen, den wir eben gerade heruntergeladen haben. In dem Fall ist das Schottland. Und danach erstellen wir einen neuen Kartenatlas. Und das geht hier links unten bei Atlas Content mit dem Eintrag New. Dort gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, eine Karte oder ein Atlas zu speichern. Und da wir das später ausdrucken wollen, scrollen wir runter und wählen dort den Punkt Paper Atlas PDF aus. Zum Schluss wählen wir hier links erstmal noch die richtige Zoomstufe aus. Das ist einfach 22. Denn das Ziel für die Karte ist es natürlich genug Details anzuzeigen, dass man auch nützliche Informationen herausziehen kann. Aber gleichzeitig soll die Karte natürlich immer noch übersichtlich und gut lesbar bleiben. Des Weiteren wollen wir die Ansicht der Karte richtig einstellen, damit wir gleich die Region richtig kennzeichnen können und markieren können, die wir dann auf der Karte ausgedruckt haben wollen. Ich zoome jetzt hier erstmal ein bisschen rein, damit man auch was sieht. Und kann jetzt hier oben links auf der Karte, dort wo der Zoomregler zu finden ist, rechts daneben einen Grid einschalten. Und das machen wir auch auf den Grid Zoom 16. So ist das Grid ja ausreichend groß gestaffelt. Sollten hier oben die Punkte WGS Grid oder Ruler angehakt sein, so machen wir die beiden Haken weg. Weiter könnt ihr unten rechts dann bei Load GPX genau die Datei einfügen, die ihr gerade runtergeladen habt von eurer Route. Das ist bei mir der West Highland Way. Und jetzt sieht man auch direkt die rote Linie, die eben diesen GPS Trail genau markiert. Danach gehen wir oben rechts auf Tools und dann auf Settings und können dann ganz rechts bei Paper Atlas die genauen Druckeinstellungen festlegen. Wir wollen das Ganze auf A4 drucken, aber nicht hochkant, sondern im Landscape Format. Deswegen setzen wir hier den Haken. Dann setzen wir die Abstände, die die Karte zum Papierrand hat. Der ist standardmäßig in jeder Seite auf 0,8 gesetzt. Allerdings reicht für die meisten Drucker der Abstand 0,5 aus, den wir bei allen vier Seiten eintragen, um eben den meisten Platz dort zu haben für die Karte. Bei Advanced geht es dann um die Resolution. Damit ist die DPI gemeint. Die setzen wir auf 300 für eine hohe Qualität. Genauso die Compression, die ist eben auf 6, aber die deaktivieren wir ganz mit 0. Dann gibt es noch den Crop Factor, der das Ganze einfach ein bisschen kleiner macht. Da wählen wir 10. Overlap ist in dem Fall nicht wichtig, habe ich aber auf 0,5 gesetzt. Und die Editions, die dann auf der Karte später auf dem Ausdruck zu sehen sind, die machen wir auch ganz weg. Wir wollen keinen Kompass, wir wissen, wo Norden ist. In dem Fall ist es immer oben. Die Page Numbers deaktivieren wir hier auch. Die sind zwar später trotzdem noch zu finden, aber wir machen es über die Seitenzahlen. Ja, die Einstellungen sind auch in der Beschreibung zu finden. Kann man auch unten nochmal nachlesen und dann einfach mit OK bestätigen. Wir haben das Programm jetzt genau so eingestellt, dass wenn man hier mit der Auswahl ein Rechteck ziehen würde, was genau 13 Kästchen breit ist und 9 Kästchen hoch ist, erhält man genau dann einen Kartenausschnitt, der sich perfekt auf eine DIN A4 Seite mit 300 dpi legen würde. Und dann kommen wir auch schon jetzt zu der Auswahl der einzelnen Kartenabschnitte. Deswegen gehe ich hier mal an den Start der Route und würde jetzt dann eben die DIN A4 Seite anlegen, die auf der ersten Seite zu finden sein soll. Und ich versuche dann die Rechtecke selber zu ziehen und eben so, dass die Route mittig in der DIN A4 Seite liegt, aber trotzdem man auch links und rechts ein bisschen Platz hat, falls man irgendwie nach Wasser suchen möchte oder nach Schutzhütten. Deswegen wäre das jetzt für die erste Seite zum Beispiel so, dass ich hier 6 Kästchen ziehe, 9, 12, 13 und dann eben 9 nach oben gehe. So hätte ich dann jetzt die erste Seite ausgewählt. Es ist völlig egal, in welcher Zoomstufe man sich hier in dieser Ansicht befindet, da die Kästchen bei jedem Grid jetzt immer gleich groß sind. Und habe ich dann jetzt meine Auswahl für die erste Seite fertig, drücke ich einfach hier links in der Leiste auf Add Selection und speichere mir diese Seite hier in diesem Layer ab. Wenn wir die Auswahl jetzt wieder lösen, sehen wir erstmal den gespeicherten Layer nicht, aber wenn wir links in der Leiste mit Rechtsklick auf den Layer klicken und dann Display Selected Rears anklicken, dann würden wir jetzt die erste Seite unseres Kartenabschnitts genau sehen. Und genau so geht man jetzt dann auch für die zweite Seite vor, indem man wieder 13 Kästchen in der Breite markiert und dann 9 Kästchen nach oben die Seite wieder hinzufügt. Und da beim Hinzufügen einer zweiten Seite zunächst noch ein neuer Oberordner hier bei dem Layer hinzugefügt wird, habe ich gemerkt, dass es später einfacher ist, wenn man die Sachen einfach aufklappt und den Layer aus dem neuen Ordner dann einfach in den oberen hineinzieht und den unteren mit Entfernen dann einfach löscht. Ja, jetzt kommt die Fleißarbeit des Ganzen, denn ich wiederhole jetzt diese Auswahl für die gesamte Route, die ich mir eben vorgenommen habe. Es wirkt am Anfang ein bisschen mühselig, aber mit ein bisschen Übung geht das eigentlich relativ schnell. Und ja, ich überspringe den Part jetzt einfach mal und ziehe mir eben die ganzen Kästchen jetzt für die ganze Route. Okay, ich bin jetzt mit dem Selektieren der Kartenausschnitte fast fertig. Es wird jetzt hier nur noch der letzte. Und ja, ich habe jetzt ungefähr 10 Minuten für diese Route gebraucht. Beim ersten Mal habe ich natürlich auch länger gebraucht, aber mittlerweile, wenn ich eine neue Tour anlege, dann geht es eigentlich relativ überschaubar schnell. So sieht es dann im Endeffekt bei mir aus. Und habe dann hier links die ganzen Layer angelegt. Was jetzt noch fehlt, ist die Beschriftungen der einzelnen Seiten. Und die lässt sich auch beim Ausdruck später als Seitenzahl wiederfinden. Um diese Sachen, die standardmäßig Layer genannt sind, eben zu benennen, kann man die markieren und F2 drücken. Und ich fange dann eben bei Seite 1 an und bestätige das Ganze mit Enter und gehe dann eben auch einfach mal schnell alle Seiten durch. Ich habe jetzt alle Seitenzahlen angelegt. Insgesamt sind 36 Seiten geworden. Das heißt, wenn wir später doppelseitig drucken, sind es 18 Seiten. Und ja, mit 80 Gramm Papier sind wir da auch im relativ überschaubaren Bereich, was das Gewicht angeht. Wollen wir später bei der Route noch irgendwelche Änderungen vornehmen oder gewisse Regionen nochmal verschieben, können wir unser Profil hier einmal abspeichern. Ich gebe jetzt einfach mal Schottland als Name ein und speichere mir das. Und später können wir dann eben diese ganzen Layer nochmal wieder neu laden. Jetzt sind wir soweit fertig mit dem gesamten Atlas und können dann hier unten auf Create Atlas klicken. und jetzt werden diese einzelnen Layer dann eben als PDF-Dokument gerendert. Das kann je nach Leistungsstärke des PCs ein bisschen dauern. Und wenn wir dann zurück auf den Ordner gehen, den wir angelegt haben, dann sehen wir, dass da ein neuer Ordner zu finden ist, nämlich Atlas. Und ja, da mit unserem Unnamed Atlas oder je nachdem, wie der bei euch heißt, ist der Name auch anders. Und da lassen sich dann alle einzelnen PDF-Seiten finden, pro PDF-Dokument jeweils nur eine Seite. Und um daraus jetzt ein einziges PDF-Dokument zu machen, brauchen wir noch ein anderes Tool. Und zwar PDF-SAM-Basic. Der Link dazu, der ist auch unten in der Beschreibung. Auf der Seite könnt ihr einfach auf Herunterladen klicken und dann bei PDF-SAM-Basic 4 das Ganze herunterladen. Danach einfach irgendwo installieren und mal direkt starten. Wir wählen dann direkt oben links die erste Funktion zusammenführen. Klicken oben auf hinzufügen und wählen dann alle Seiten aus, die wir in dem Atlas-Ordner finden. Und unten bei den Einstellungen aktivieren wir noch den Punkt eine Fußzeile hinzufügen. Und das sorgt dann dafür, dass wir später die Seitenzahlen klein markiert auf den Seiten finden. Und mit dem Klick auf Start wird dann das große PDF-Dokument druckbereit erstellt. Ja, aber hier ist das fertige PDF-Dokument jetzt fast einen ganzen Gigabyte groß und beinhaltet eben diese 36 Seiten mit einem schmalen Rand. Wir können nochmal ranzoomen und sehen, dass wirklich alle Details super scharf sind und ausreichend einsehbar. Ich verwende meistens noch immer einen Linealkompass dabei. Der ist auch klein und leicht gewichtigt und hat eben auch eine kleine Lupe da drin, falls ich mal irgendwelche Sachen bei schlechten Lichtverhältnissen ein bisschen genauer sehen möchte. Und ich habe nochmal nachgewogen. Meine 18 Seiten Papier wiegen jetzt 67 Gramm. Also ist es eigentlich für eine Ultraleichtwanderung auch gut geeignet. Vor allem, man kann ja auf der Tour, nachdem man eine Route oder eine Teilroute, eine Seite abgeschlossen hat, die Seite dann am Ende des Tages entsorgen oder gegebenenfalls als Lagerfeuermaterial benutzen. Im Schnitt benötigt man mit dieser Vorgehensweise nur etwa 5 Blätter Papier für eine Strecke von 100 Kilometern, was eigentlich dann relativ ressourcenschonend ist. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Arbeit und Zeit ersparen mit dieser Anleitung und ihr musstet euch nicht genau wie ich tagelang damit rumschlagen. Hat euch das Video gefallen oder auch geholfen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert.